Moin, in dem heutigen Video werden wir die ein oder anderen Ward-Tricks sehen. Das bedeutet, wir werden keinen Trick sehen, wie ein Lee Sin zu einem Ward-Jumped oder ein Jax, sondern ganz einfach gucken, wie kann man den Wards noch platzieren, vielleicht aus einer Position heraus, wo man denken würde, okay, da hätte eigentlich der Ward theoretisch nicht landen sollen. Und ich habe mir ganz einfach die Freiheit genommen, Gangplank zu nehmen, bin ein bisschen durch die Map gerannt und habe hier versucht, euch in kleinen Ausschnitten zu zeigen, wo man denn überall die sehenden Augen platzieren kann. Hierbei war es mir auch wichtig, euch jetzt keine genaue Beschreibung zu geben, das heißt, wie viel Millimeter müsst ihr nach links oder nach rechts von dem wundersamen Stein den Ward platzieren, damit er wirklich an der richtigen Stelle landet. Ich selber habe die Aufnahmen hier sehr, sehr spontan gemacht, das heißt, ich habe einfach nur mal ein bisschen losprobiert, ich kannte einige Stellen schon und ihr könnt das ganz einfach selber üben, könnt ein freies Spiel erstellen und einfach mal eins, zweimal das ausprobieren und schon habt ihr es drin. Meiner Meinung nach wäre es halt sinnlos gewesen, wenn ihr im Spiel, wo halt wirklich spontane Dinge geschehen und alles sehr, sehr schnell geht, quasi nicht gezwungen seid, ein Lineal auszupacken und zu schauen, okay, wo muss ich den, den platzieren, damit er wirklich, wirklich genau landet. Probiert es einfach aus, nehmt euch das neue Ward-Item und feuert einfach wie besessen darauf los. Als allgemeinen Tipp kann ich auf jeden Fall geben, dass ihr versuchen müsst, die maximale Reichweite des Items bzw. des Warnes an sich auszunutzen. Das bedeutet, wenn ihr wirklich mit dem Maus weit, weit nach außen geht, dann habt ihr auf jeden Fall wesentlich größere Erfolge, wenn ihr das entweder übt oder ganz einfach schon im Spiel platziert. Die Frage ist hierbei auch, okay, wie nützlich ist denn die ganze Geschichte? Welche Warnes bringen mir etwas, welche nicht? Zu welchen Situationen bin ich denn verleitet, einen Ward aus einer sicheren Entfernung zu platzieren? Hierbei sticht natürlich die Bot-Lane und die Top-Lane heraus, aber auch der ein oder andere Ward an dem Baron bzw. an dem Dragon ist selbstverständlich wichtig. Klar ist hierbei, dass das nicht alle sind. Es gibt wahrscheinlich noch den ein oder anderen Trick, den ich hier nicht zeige. Mir war es jedoch ganz, ganz wichtig, euch zu zeigen, okay, ihr könnt die Mauern auf jeden Fall in ogen einer Form überwinden, entweder um wichtige Objekte, wie gesagt, zu sehen oder ganz einfach die Warnes als eine Art Hellsehen zu verwenden. Das heißt, plötzlich über die Mauer zu platzieren und dann zu gucken, okay, ist denn dort ein Team und kann ich vielleicht engagen oder, oder, oder. Gut, ihr merkt schon, dass ich hier eigentlich alles gesagt habe, was ich für nötig gefunden habe. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das heißt, in geraumer Zeit wird es so sein, dass ich mir einen neuen Rechner besorge bzw. mein Vater mir dabei hilft, einen zu konstruieren, weil ich da technisch gesehen sehr, sehr unterbegabt bin und keine Ahnung davon habe. Und wahrscheinlich wird es sogar darauf hinauslaufen, dass ich in der Lage bin, mehrere Videos an einem Tag hochzuladen. Das werde ich noch ein bisschen überprüfen, ob das dann, ob das überhaupt von der Internetleitung geht oder ob ich da ganz einfach nochmal Kabeldeutsch einfach anrufen muss und sagen muss, hey, das geht so nicht. Gut, und es wird wahrscheinlich so sein, dass ich in diesem Jahr quasi versuche, einen Stream einzurichten. Der wird weniger Let's Play-mäßig sein, sondern wirklich analyselastig, beziehungsweise werden wir da schauen, ob wir schon das ein oder andere Abonnentending gemeinsam reisen können. Ich denke, das war es jetzt. Haut rein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich ein kleines, entspanntes Video und ich wünsche euch einen entspannten Tag.